Also wenn wir jetzt nicht 100.000 Stunden Dialog haben. Trotz meiner Verbrennungen, trotz all des Leids, zwei gesunde Kinder zur Welt brachte. Ein Wunder. Zunächst wollte ich euch nicht. Ihr erinnertet mich an ihn, daran was passiert war, an meine Narben, an den Schmerz. Ich wollte nicht mehr leben. Aber dann, da waren diese beiden kleinen Geschöpfe hilflos und schuldig. Ich nahm das Angebot meiner Schwiegereltern an und nach über einem Jahr in verschiedenen Krankenhäusern zogen wir hierher. Ich brauchte ein Versteck. Ich wollte der Welt mein Gesicht nicht zeigen. Ihr brauchtet eine Familie und, ja, ich hoffte verstehen zu können, wie es zu all dem Kommen kommt. Und Samuel? Dein Vater wusste nicht, dass ich noch lebe. Und er wusste nichts von euch. Ich habe angefangen, ihn zu hassen. Er hat mein Leben zerstört. Und auch das Leben seiner Eltern. Als er nach dem Tod seines Großvaters hier aufkreuzte, versteckte ich mich hier in meinen Räumen und wartete darauf, dass er wieder verschwand. Angelina war auf dem Internat. Weit fort in Sicherheit. Freunde hatten Victoria erzählt, dass Samuel nach dem Feuer als gebrochener Mann umherreiste und gar nichts Böses mehr an sich zu haben schien. Und dennoch fürchtete ich mich vor ihm. Als die ersten Morde geschahen, ahnte ich, dass Samuels dunkle Seite zurückgekehrt war. Doch Bates beruhigte mich. Er sagte, Samuel mache einen ausgeglichenen Eindruck. Und immerhin wäre das erste Unglück, Williams Tod, schon vor seinem Eintreffen geschehen. Sie glaubten mir nicht, wie schnell und vollständig der Fluch die Kontrolle über ihn gewinnen würde. Bates und Victoria werfen sich das bis heute vor. Ist Angelina hier im Schloss aufgewachsen? Nicht wirklich. Sie besuchte verschiedene Internate und war nur in den Ferien hier. Ein düsteres Schloss und eine, eine Entstellte wie ich sind nicht die richtige Umgebung für ein Kind. Ich glaube, sie war jedes Mal froh, wenn die Ferien zu Ende gingen. Was geschah dann? Warum hat sie mich gesucht? Vor zwei Jahren war sie für einige Wochen zu Besuch hier im Schloss. Sie schlich hier herum, las Bücher. Ich habe nicht geglaubt, dass sie in Gefahr war. Alle anderen Frauen der Familie waren von dem Fluch unberührt, verstehst du? Aber irgendwie hat er sie überfallen. Hat ihr eingeflüstert, sie sei für etwas Großes bestimmt. Flüsterte ihr von Macht und Ruhm ins Ohr. Verlockend für ein Kind, das vielleicht nie die Aufmerksamkeit bekam, die es gebraucht hätte. Als wir dahinter kamen, dass sie sich mit Dingen beschäftigte, die für ewig im Dunkeln bleiben sollten, haben wir sie von hier fortgebracht. Wir haben den Orden reaktiviert und jemanden beauftragt, sie aufzuspüren, nachdem sie uns entwischt war. Reginald Boras. Richtig. Als er in Biddefort auf ihre Fährte kam, brach Blankes Entsetzen im Orden aus. Was würde sie von dir wollen? Dein Blut? Wir gaben Order, alles nur Mögliche zu tun, um Angelina von dir fernzuhalten. Was ist es, das mein Vater und mein Urgroßvater in den Wahnsinn getrieben hat? Das Schloss. Es ist das Schloss. Wie meinst du das? Du warst ein fröhliches Kind. Ihr beide wart es. Ihr habt die Krankenschwestern verzaubert und wart meine Sterne in finsterer Nacht. Aber dein Verhalten änderte sich hier im Schloss, Adrian. Wir lebten erst wenige Jahre hier. Da hättest du deine Schwester beinahe getötet. Du bist aggressiv geworden. Unberechenbar. Eines Tages hast du Angelina die große Treppe in der Halle hinuntergestoßen. Wie durch ein Wunder brach sie sich nur den Arm. Aber sie hätte tot sein können. Hast du mich deswegen weggegeben? Ich habe dich nicht weggegeben. Ich weiß es nicht so, wie die Treppe überläuft. Wir mussten dich in Sicherheit bringen. Über das Geländer schmeißen müssen, damit dein Ernst auf die Lebensgefahr bestanden hätte. Wie geht die um drei Echen? Ich fürchtete mich vor meinem eigenen kleinen Jungen. Naja, aber wenn er richtig mit Schwung schubbt, landet sie in der nächsten Wand. Ja. Oder am Geländer. Und das mit ihrer Gesundheit bezahlte, nahm dich auf. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass ich dein Verhalten in den Staaten normalisierte. Du meinst, dieses Schloss hat mich krank gemacht? In den Wahnsinn getrieben? Die Leute hier glauben an einen Fluch, der auf den männlichen Gordons lastet. Vielleicht ist das doch nur ein ganz seltsamer Mensch. Vielleicht lautet der Fluch, dass sie sich selber ins Unglück stürzen, solange sie hier leben. Irgendwas, das nur Männer krank macht und Frauen halt nicht. Hat der Orden mich im Bunker eingekerkert und nach Wales entführt? Nein, wir erfuhren erst durch Miss Welle, dass du hier warst. Wir beschlossen, dich von hier fortzubringen und dir reinen Wein einzugießen. Doch plötzlich warst du wie vom Erdboden verschwunden. Wir befürchteten, Angelina hätte dich erwischt. Angelina war es nicht. Oder zumindest nicht allein. Im Gefängnis war ein Mann mit einer Maske. Das war niemand von uns. Oder zumindest hoffe ich das. Der Orden durchkämmte das ganze Gebiet. Und ausgerechnet in unserem eigenen Versammlungsraum fanden wir dich endlich. Wir betäubten dich und brachten dich nach Wales. In Elianors altes Schloss. Miss Welle war schon unterwegs, um dich über alles aufzuklären. Doch als sie ankam, warst du weg. Welche Rolle spielen Bates und Lady Victoria? Sie haben wie ich miterlebt, was der Fluch aus einem guten Menschen machen kann. Also haben sie ihr Leben der Aufgabe gewidmet, es nicht wieder geschehen zu lassen. Sie haben den Orden wieder zum Leben erweckt. Einen Orden, der vor Jahrhunderten gegründet wurde, um gegen den Fluch und seine Auswirkungen zu kämpfen. Bis er leider in Vergessenheit geraten ist. Wir alle haben dafür teuer bezahlt. Wer ist Mitglied im Orden? Victoria, Bates, Elianor und ich stehen hinter dem Orden. Aber die eigentliche Arbeit tun andere. Die junge Miss Welle zum Beispiel. Sie ist die Anführerin. Weil ihr Bruder Vic Samuel zum Opfer gefallen ist. So ist es. Wer hat Angelina ermordet? Wir wissen es nicht. Victoria meinte, vielleicht hätte Angelina sich im Wahnsinn etwas angetan. Indem sie sich selbst mit Benzin übergießt und anzündet? Blödsinn. Es gibt Leute, wir machen sowas. Vielleicht haben wir einen weiteren Gegenspieler, von dem wir nichts wissen. Oder kann ich es gewesen sein? Er ist entweder die Kinder als sein Vater. Wir haben dich durch die Kanalisation verfolgt. Du hättest nicht genug Zeit gehabt, an die Klippen zu fahren und sie umzubringen. Dann war es also der große Unbekannte. Ich bezweifle, dass er uns unbekannt ist. Es muss jemand sein, der über alle Vorgänge im Schloss informiert ist. Und der vom Orden weiß. Einer von uns. Wer? Wenn ich es wüsste, hätte er seine Tat schon bereut. Angelina war ein gutes Kind. Sie hätte sich erholt, so wie du es auch getan hast. Wir hätten sie nur für immer von hier fortbringen müssen. Und was geschieht nun mit mir? Du musst fort von hier. So weit wie nur möglich. Wir wissen nicht, wer Angelina umgebracht hat. Derjenige könnte auch hinter dir her sein. Du meinst hinter meinem Blut. Deswegen müssen wir dich fortschaffen und dir eine neue Identität besorgen. Und zweitens musst du um deiner Selbstwillen fort von hier. Dieses Schloss, diese ganze Gegend ist nicht gut für dich. Ich befürchte, dass du dich wieder verändern wirst, wenn du länger hier bleibst. Du wirst Wahnvorstellungen bekommen und vielleicht irgendwann Dinge tun, die du nicht tun willst. Du meinst, ich sehe Dinge, die gar nicht da sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es deinen Vater dazu gebracht hat, einen zwölfjährigen Jungen abzuschlachten. Also gut, ich werde gehen. Mom, sehen wir uns wieder? Sprich mit Bates. Er sollte sich um Flugtickets für dich kümmern. Du reist nach Florida. Dort werden wir uns in einigen Wochen wiedersehen. Ich? Es ist... Es ist alles zu viel, das weiß ich. Aber du wirst es eines Tages verstehen. Wir werden darüber reden und ich erkläre dir alles so gut ich kann. Mom. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Jetzt sind wir jetzt voll random im Gesicht gezeugt. Sie wissen es also, Master Adrian. Ja. Warum haben Sie nichts gesagt? Als ich Ihren Akzent hörte, vermutete ich, dass Sie es seien, Master Adrian. Aber ich kannte Sie nur als Kind und aus Erzählungen Ihrer Adoptivmutter. Sicher war ich mir erst, als Sie mir das Foto von Miss Angelina gezeigt haben. Sie wussten von Ihrem Tod? Ja. Die Lady und ich sind heute in aller Früh mit dem Wagen zur Unglücksstelle gefahren. Unsere Quellen bei der Polizei haben uns verständigt. Warum dieses Versteckspiel? Warum haben Sie mir nicht einfach gesagt, was ich wissen muss? Wir wussten nicht, wie Sie reagieren würden. Ich bin vorhin ins Dorf gegangen, um Miss Valle und die anderen zu informieren. Aber ich konnte niemanden finden. Lady Victoria hielt es für das Beste, Sie zu beschäftigen und im Auge zu behalten, bis... Nun ja, Verstärkung ein Treffen würde. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe freiwillig. Das freut mich sehr. Fragen Sie Louis nach den Tickets. Sally sollte ihn beauftragen, die Tickets aus einem Reisebüro im nächsten Ort zu holen. Ich danke Ihnen, Bates. Wo sind die Ladies? Sie haben sich zurückgezogen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend für Sie. Sie wissen, dass es noch einen unbekannten Gegenspieler geben muss? Ja. Ich glaube, jemand hat mit Miss Angelina zusammengearbeitet. Jemand aus dem Schloss. Oder aus dem Dorf. Zumindest jemand, der sich gut auskennt. Und der schließlich seine Partnerin aus dem Weg schaffte. 90 Grad Turn. Hey, Louis. Hey, Louis. sind sie schon wieder zurück wovon sprechen sie jetzt meinte er hätte sally zu ihnen geschickt damit sie zum reisebüro fahren wozu denn ein reisebüro wenn er sie rausgeworfen hat kann er sie auch einfach so in den zu setzen sie meinen sally wenn ich hier hab sie seit heute morgen nicht mehr gesehen was soll das lügt er oder sally oder ist es ist einer von den dreien der mörder nur einer von ihnen hat das grundstück verlassen nachdem ich hier angekommen bin sally behauptet sie wären heute morgen mit dem wagen unterwegs gewesen sally sollte ihre nase wieder in die klatsch zeitschriften stecken wo sie hingehört also nicht mit dem wagen fortgefahren das habe ich doch schon gesagt ich glaube nicht wer von den alten leuten sollte schon den wagen fahren können ohne dass louis etwas davon bemerkt auf wiedersehen muss nicht sein mein gott sally die sagt niemandem mehr bescheuert glaube ich sie ist tot denk nach darren bates könnte ihr wirklich den auftrag für die tickets gegeben haben der unbekannte gegenspieler hat sie dann ermordet bevor sie zu louis gegangen ist das heißt alle drei könnten unschuldig sein oder besser gesagt so könnte wieder jeder im schloss hinter meinem hals her sein naja außer sally sie ist die zweite junge frau die jemandem im weg stand wenn sie ein junger mann wäre wäre es dann nicht so schlimm nein junge männer gibt es genug ihr gesicht ist ganz aufgequollen es sieht aus als sei sie verbrüht worden ekelhaft irgendein bastard hat ihr gesicht unter wasser gedrückt entweder sie ist ertrunken oder der schock hat sie getötet zeigt sie auf irgendwas auf was kann sie gezeigt haben hat sich da was gespiegelt ich verstehe das nicht das fenster ist geöffnet aber da kann niemand eingestiegen sein es dürfte ziemlich schwierig sein an der fassade hochzuklettern das fenster ist zu ich werde mein leben lang nicht mehr in einen spiegel schauen können ohne dass mir ein schauder über den rücken läuft ja du bist dein gordon dein leben dauert dir nicht mehr so lang ja das wasser ist kochend heiß da steht tatsächlich was auf den fliesen ein b wie bates für mich heißt das dass bates nicht der mörder ist wie sollte sally das b an die fliesen geschrieben haben und wann als ihr der kopf unter wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr leben kämpfte oder nachdem ihr der schock ein schnelles ende gemacht hat so leicht mache ich es euch nicht ihr müsst euch mehr einfallen lassen um mich auf die falsche fährte zu bringen vielleicht haben sie sich aber das schon gedacht und genau deswegen ist bates der mörder bates kann ich am ehesten vertrauen anscheinend wollte der mörder dass ich mich von ihm fern halte aber immerhin hat er so komplexen gedanken oh scheiße das schloss brennt handtücher einige davon sind riesig ich nehme eines von den ganz großen endlich kannst du die handtücher anbringen ja erst rennt er dahin und dann steht er viel lange da jetzt er das handtuch ins wasser hält oh man tiefluft holen und nichts wie durch er nimmt eins von den ganz großen tüchern das sieht aus wie er hüllt sich komplett ein ja das sieht aus wie ein taschentuch ja und jetzt hat er das nasse kopf komplett abgelegt und jetzt hat er das nasse kopf komplett abgelegt das schloss ganz ruhig ich bringe sie hier raus nein ich habe mein ganzes leben ich glaube auch wenn du ihn da raus bringst dass das nicht mehr viel bringt wenn der Mann wirklich Lungenkrebs hat dürfte der rauch zu viel feen gewesen sein dieses schloss hat deinen vater jetzt einfach mal ganz kalt ins unglück gestürzt lass es nicht auch dich kommen ich nehme seinen vater auch wehre dich dagegen wie soll ich mich dagegen wehren geh fort von hier und komm nie wieder zurück du hast dein Leben in Neuengland das auf dich wartet ein gutes Leben auch wenn du es nie so empfandest laufe Darren Michaels laufe und schau nicht mehr zurück ich hatte nur Bates Tod irgendwie anders im Kopf das schloss brennt um ihn rum er hat sein feuchtes tuch abgelenkt steckt mitten in dem rauch ja ja er muss jetzt eine theatralische Szene haben wo ich Angelinas Mörder gefunden habe du hast doch auch schon längst eine Rauchvergiftung Junge so wie du da drinnen auch noch gerannt bist da bist du ja endlich ich dachte schon ich hätte das Feuer zu früh gelegt was sie waren es sie haben Angelina und die anderen getötet sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen ich habe das Feuer gelegt ja du bist ja du bist passend zum grande finale gekommen wir sind fast durch was soll das alles was wollen sie keine Zeit für lange Erklärung der Wagen steht bereit wir machen eine kleine Reise das ist eigentlich hier selber Waffe die Tom hatte also schön Louis was haben sie mit den Gordons zu tun warum jagen sie diesem Hirngespinst hinterher mir geht es nicht um den Fluch ihm geht es nur ums Geld das ist unmöglich hallo Bruderherz du bist also immer noch nicht dahinter gekommen was was tust du ich erfülle mein Schicksal ich werde Mordrets Macht beschwören und sie mir zu Nutzen machen und Boris und Sally offensichtlich ist diese Mutation die sie haben auf dem X-Promosor und sie hat das ganz ganz große Unglück dass sie zwei Kranke gekriegt hat wo war da die Inzucht ich dachte sie wäre tot doch ich fand Aufzeichnungen die mir alles verrieten ich kam nach Biddeford um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln und das hat ja gut funktioniert ich wusste dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest was war mit Reginald Boris der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand Boris wollte mich kalt stellen indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte mein Plan war dich mit nach England zu nehmen doch solange Boris in der Nähe war musste ich befürchten dass er dich über mich aufklären würde also flog ich zurück nach England und rief dich an wie nicht anders erwartet bist du als strahlender Held erschienen um mich zu retten und dein Tod wer musste für dich sterben die gute Miss Valley sie hat den Orden wieder aufgebaut nachdem er fast hundert Jahre von der Bildfläche verschwunden war kein Wunder dass sie sich da so reingehängt hat Samuel unser Vater hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht sie war fanatisch ich musste mich vor ihr schützen also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst hoffentlich auch in der Reihenfolge hm das Schloss anzuzünden und alle Bewohner zu töten wie kommst du darauf Mom und jetzt rein da stell dich dorthin Mutter hör zu Angelina Klappe Louis du bewachst den Eingang pass auf dass niemand rein oder raus kommt und du lass mich raten ich soll die Tür öffnen allerdings die Scheiben setz sie ein oh sie haben uns den Fotoabrat nicht abgenommen ich wette den werden wir nicht brauchen die Scheibe passt genau in eine der Rillen er ist nur voll davon besessen weil er fotografiert ja so gerne auch die zweite Scheibe passt fehlt nur noch die letzte in Ordnung alle drei Scheiben sind an Ort und Stelle das ist seltsam die Kerze auf dem Sockel brennt wer hat sie angezündet das ist jetzt nicht der Moment sich darüber Gedanken zu machen doch das ist der richtige Moment da sind zwei Leute die sie angezündet haben könnten die Öllampe brennt die Kerze brauche ich nicht mehr die Kerze brauche ich nicht mehr das ist seltsam und wo ist die Kerze? er hat sie vollkommen aufgebraucht yep die war ja schon ganz klein nein etwas muss es mit diesem Löwenkopf ein Lichtschein auf sich haben vielleicht kann man ihn reindrücken das glaube ich weniger schneid dir die Hand an der Wand auf ich soll mach schon tu es nicht Darren du darfst ihr das Tor nicht öffnen ja wenn du das nicht machst wird sie erschießen und dann macht sie auch sein Blut stopp ist schon gut ich tu es ach ja Geschwisterliebe ja so so funktionieren Zwillinge das ist es los rein da beeindruckend oh schau die Symbole hm es sieht so aus als ob ihr schon eine sehr lange Zeit niemand mehr gewesen ist das ist erst der Anfang ich kann die Macht spüren Mordred ist hier hier ganz in der Nähe die Erbauer der Akademie hatten acht Auserwählte die die Macht gehütet haben nur wenn sich alle acht auf diese Steinplatten gestellt haben sollte sich das Tor öffnen andernfalls folgte der Tod so steht es in den alten Schriftstücken Tja dann fehlen noch so viele Leute Tja ich schätze das können wir vergessen wir sind nur zu viert sei nicht albern dir wird schon was einfallen Bruderherz sie ist vollkommen übergeschnappt hilft ja nichts anscheinend müssen alle acht Platten mit Gewicht belastet werden aber was wenn einer der acht Auserwählten plötzlich und ersatzlos gestorben ist dagegen werden die sich doch bestimmt abgesichert haben ich sehe mich am besten mal um hier liegt ein Zettel auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet der aus acht unterschiedlichen Symbolen besteht ich schätze dass das eine Art Gebrauchsanweisung für die Bodenplatten ist auf der dritten Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet außerdem ist links außen eine Blume links Mitte eine Sonne rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke auf dem Zettel ist ich schätze auf der außerdem ist links ok ich speichere mal bevor man irgendwas ausprobiert aber praktisch dass wir gleich die Bedienungsanleitung dahin gelegt haben mhm insgesamt acht in den Boden eingelassene Steinplatten mal sehen das war nicht so gut wow wow ok Angelina was ist du musst dich auf eine der Steinplatten stellen damit ich ein Messer in die Rippen kriege ich verzichte die Steinplatten haben mit dem Gitter zu tun wenn du dich nicht drauf stellst kann ich das Gitter nicht öffnen dann soll sie sich drauf stellen wo soll sie hin mom kannst du dich bitte auf diese Bodenplatte da stellen komm 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 Ich glaube, das war falsch. Aber wir können von der Stelle aus testen, welches wohl die richtige Platte ist. Jetzt werden wir es wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen, weil ich habe keine Ahnung, was die Hinweise uns eigentlich sagen wollen. Ich probiere nur rum. Probier du mal. Ah, das war die richtige, schade. Jetzt müssen wir, dass die Tür aufmachen und gehen jetzt da lang. Das ist ein Rätsel. Das dachte ich wäre im dritten Teil. Okay. Glaube ich, wenn das das ist. Hier steht, es trägt ein Kleid aus grün und weiß. Es schaut hervor aus Schnee und Eis. Lässt der Wind das Glöckchen schwingen, wird bald der erste Vogel singen. Das ist schon... Das ist schon... Das wäre interessant. Das wird verloren. Das wird verloren. Der durch die Kehle rinnt, das mundet euch als Speise. Der durch die Kehle rinnt. Hier steht folgendes. Was auch sonst. Was auch sonst. Die Kehle rinnt, das war die Kehle rinnt. Die Kehle rinnt. Die Kehle rinnt. Das... Da ist das, ne. Das Schnee Glöckchen. Das Feuer. das Eis. Das ist Eis falsch. Ah nein, das Eis war auch falsch, aber stimmt, das ist ja die Mühle. Ich finde dieses Rätsel so cool, dieses Herbsträtsel. Ich weiß nicht. Es hat was, ja? Dieses Fach ist leer. Angelina? Was ist? Kann Catherine sich auf die Platte da rechts stellen? Gute Idee. Bin ich voll dafür. Aber ich weiß nicht, ob das das Rätsels Lösung ist. Doch. Immer. Oh. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Ich glaube, wir sind hier noch falsch. Angelina? Was ist? Wie schießt ihr hier? Mom! Ja, genau, Angelina, schieß dich. Finde ich eine gute Idee. Absolut. Könnte sie ja mal machen, das wäre erfrischend neu. Absolut. Was ist? Uff. Musik Wenn du das so aufhören zurück kannst. Das ist sehr gut zu machen. Du kannst mich nicht mit seinen Schatz bei dir. Sie sahen nicht so lang aus, wo er die rausgeholt hat. Scheint so, als wäre die Steinplatte eingerastet. Aber wenn die nur noch einen Überlebenden gab, dann sind die auch aufgeschmissen, oder? Ich glaube, ich habe die Steinplatte deaktiviert. Zumindest ist sie eingerastet. So will ich ausprobieren, was bis hier von ganz in den Falschen steckt. Speicher und mach's. Ey. Er traut sich nicht. Er macht einfach nichts. Er hat Angst. Er hat schon so oft diese Steinblöcke auf den Kopf gekriegt. Meinst du, da kann er sich noch dran erinnern? Ja. Die Steinplatte ist eingerastet, aber nichts weiter passiert. Angelina? Was ist? Kann Catherine sich auf die Platten... Und so den Weg, den Samuel dahin hat, der war schon einfacher. Mhm. Hebel, Balken, Knöpfe. Mhm. Mit den kleinen Hebeln kann ich wohl einstellen, ob ich das Symbol links oder rechts einstellen möchte. Die Balken sind frei beweglich. Und mit dem großen Knopf scheine ich die Lösung eingeben zu können. Hier sind die gleichen Symbole wie an der großen Tafel neben der Tränen. Ich bin ganz sicher, dass sie miteinander zusammenhängen. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Und das ist allerdings wahr. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik. Ach, der hätte einfach alles kaputt gemacht und dann hätte er schon gepasst. Ja, das würde ich auch sehr gerne tun, aber ich glaube, das geht nicht. Aber das wäre die einfachste Lösung. Yep. Ja, das ist die Wand der Blut. Zum Wohle. Stein. Okay. Was bedeutet das? Okay. 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 Ich denke, ich weiß jetzt, welches Seil ich durchschneiden muss, um die richtige Falle auszulösen. Der Steinblock sollte dann die Platte belasten. Hoffentlich irre ich mich nicht. Vielen Dank und gute Nacht. Gute Nacht. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Wir hoffen, dass Samuel langsam, äh, Samuel nicht, Adrian, so langsam mal in die Pötte kommt hier. Keine Ahnung, wofür diese Zahnräder gut sind. Wahrscheinlich sind sie mit den Fallen und den Seilen verbunden. Ja, ich würde gerne irgendwie ein Seil... Hmm. Hmm. Okay, jetzt sehr vorsichtig. Wow. Ah, das ist runtergefahren. Ein Messer hat sich beim Aufprall der Falle gelöst. Ich nehme es mit. Schade, dass da nicht zufällig jemand runterstand. Das wäre schön gewesen, besonders wenn es die richtige Person getroffen hätte. Jetzt schnell. Hoffentlich ist es das richtige Seil. Ich würde mich an Déjà-vu. Was sollte das? Das war... Nochmal so ein Schnitzer. Und unsere Mutter liegt neben dem Steinblock. Ist das klar? Ja, schon gut. Kommt nicht wieder vor. Davon gehe ich aus. Okay, damit sind vier Steinplatten deaktiviert. Und auf einer steht Catherine. Das ist meine Chance. Ich muss Angelina überreden, dass sie und Louis sich auf die falschen Platten stellen. Hoffentlich geht mein Plan auf. Angelina? Was ist? Jetzt gibt es wirklich keinen anderen Weg mehr. Wir müssen uns auf die verbleibenden Steinplatten stellen, wenn sich das Gitter öffnen soll. In Ordnung. Irgendwelche Tricks. Und? Schon klar. Ich glaube, ich habe alle Fallen entschärft. Mom, du bleibst da stehen. Louis steht da drüben. Oh, jetzt hat sie zwei Pistolen. Und so skrupellos. Du bist die Nächste. Ja, ich glaube, das sind aber nur Verschreibungsspiele. Das Gewicht liegt auf der Platte. Worauf wartest du? Macht es dir nichts aus, dass Louis gestorben ist? Er hätte diese Ruinen sowieso nicht lebend verlassen. Okay. Aber wie schön, dass Louis eigentlich überhaupt nicht aufgepasst hatte. Sonst hätte er gewusst, dass diese beiden Dinger sicher sind. Ja. Ja. Das sollen wohl Gargoyles oder Dämonen oder so etwas sein. Vielleicht sogar der Teufel. Keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Das muss das Tor zu Mordreds Gefängnis sein. Dort ist mein Vater endgültig verrückt geworden. Eine Art Halterung. Aber was kommt dort rein? Eine schwarze Kugel. Und jetzt? Das gibt's doch nicht. Endlich. Los, geh vor. Was ist mit dem Limonadensee passiert? Das ist jetzt Cola. Wie langweilig ist das denn? Ich will mein Limonadensee zurückhaben. Da war was! Oh, na geil. Der Orden. Das muss der Orden sein. Haltet ihn auf! Er darf ihn nicht beschwören! Ganz ruhig, Leute. Ich... Verflucht! Ich bin auf eurer Seite! Ich... Verdammte Idioten! Sie wollen wohl auf Nummer sicher gehen. Angelina ist nicht hier und sie ist auch nicht an mir vorbeigekommen. Entweder sie ist noch im Beschwörungsraum oder sie ist einen anderen Weg gegangen. Du kannst nur in den Beschwörungsraum. Die Seitentüren haben sich geschlossen, als das große Tor aufging. Hehehe. Da unten ist ein verdammt tiefer Abgrund. Hinter mir der Orden, der mich lieber tötet, als nachzudenken. Es geht nicht anders. Ich muss mich Angelina stellen. Er ist da lang. Ja, wo soll er sonst lang gelaufen sein? In deiner Falle. Aber vielleicht ist es auch meine Einzelne der Chance mal zu reden. Verdammt lange. Ja. Dieses kurze Stückchen. Ganz gemütlich. Die haben keine Animation zum Rennen. Ist sie hier? Ich verstehe. Komm, ich bring dich hier raus. Nein. Verstehst du nicht, Adrian? Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich allein. Dein Vater hat viel Leid über die Menschen gebracht. Und ich möchte nicht, dass auch du dich schuldig machst. So, die Wände haben was. Das ist nicht deine Entscheidung. Hier geht es um Mächte. Die sind größer als ein einzelner Mensch. Ganz recht. Es geht um unendliche Macht. Um göttliche Macht. Aber ohne den Limonadensinn? Eine Macht, die schon zu lange geschlafen hat. Zum Altar. Du kannst mich mal. Ich wiederhole mich nicht gern. Geh zum Altar und lies aus dem Buch vor. Erschieß ihn doch, wenn er das nicht kann. Du. Die nächste Kugel trifft deine Kniescheibe. Dann kann er aber nicht mehr laufen. Ohne mich kommst du hier nicht weiter. Du kannst mich nicht töten. Du brauchst mich. Sie brauche ich nicht. Und worauf kannst du verzichten? Ein Auge? Eine Hand? Es gibt keinen Fluch. Es ist eine Geistesgleichheit. Das kann er auch nicht mehr vorlesen. Sie wird von Generation zu Generation vererbt und führt zu Wahnvorstellungen. Wahnvorstellungen? Und wie nennst du das hier? Geheimraum. Wahnvorstellung. Geheimraum. Geheimraum. Da könnte er auch drauf verzichten. Das wäre wahrscheinlich am besten. Maliohre wachs da Sopra. Malioh im Ibote. Amena wei bosadire. Amena wachs Zodokar. Ja. 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 Und nun? Brauchen wir ein Menschenopfer. Stoßt sie in den Abgrund. Ja. Stimmt sie. Das ist doch Irrsinn. Selbst wenn es einen Fluch gäbe, dann betreff es nur die männlichen Gordens. Nein. Nein, auch mich. Ich, ich kann sie hören, die Stimme. Sie flüstert zu mir immer schon, seit du weg warst. Angelina, bitte. Tut mir leid, Bruder Herz. Ich brauche dein Blut und keine Konkurrenz. Ah. 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 Wow. Oh, das war der Level-Up-Sound von The Fall. Hm. Ja, natürlich wirst du den Fluch jetzt zufällig aus. Aber wisst ihr, wie das nicht passiert wäre? Wenn man Samuel mal darüber aufgeklärt hätte, dass er noch einen männlichen Nachfahren hat, dann hätte er den Jungen nämlich auch umgebracht und alles wäre gut. Ja. Ja. Das passiert, wenn man nicht miteinander redet. Ich glaube, das war der zweite Teil. Glaubst du das? Ja, ich glaube, es ist jetzt... Woran erkennst du das? An deinen vielen Namen? Ja. Aha, aha. Sieht fast aus, als würde das dann abspannen. Interessant, interessant. Ja. Naja, das hier geht relativ nahtlos in den dritten Teil über, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich meine, so nahtlos, dass ich einige von den Rätseln im dritten Teil verortet habe, hättest du mich gefragt. Oh, du hast auch mitgemacht. Ja, klar. Aber nächste Woche spielen wir dann erst mal wieder einen Teil Töf Töf. Oh ja, Töf Töf. Erst mal den richtigen Horror, bevor es hiermit weitergeht. Erst mal ein bisschen Entspannung. Horror. Der absolute Horror. Entspannung. Nein, die Spiele sind schon eigentlich niedlich. Also, wenn man das Zielgruppenalter hat, glaube ich, sind die echt schön. Nagler gesucht. Das war so gut, ey. Ich bin gespannt, was der nächste Teil für uns bereitet. Wir spielen die übrigens nicht in der korrekten Story-Reihenfolge oder so, weil die kenne ich nicht. Ich würde die auch nicht nachgucken. Ich spiele einfach das nächste im Alphabet. Oder nach was auch immer Steen die geordnet hat. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten, also ich glaube, Hängurus gucken wir heute nicht mehr. Nein, aber das kann man ja privat machen. Aber dafür haben wir das ja jetzt fertig. Das ging auf einmal recht schnell. Ich würde ja sagen, morgen töten wir ein paar Kängurus. Aber ich weiß nicht, ob wir Kängurus zu sehen kriegen. Bei dem Tal, wo alle am Verwesen sind. Das passt auch sehr gut in dieses Thema hier. Schon. Tim Knauer ist Darren Michaels. Und alle anderen werden nicht mit ihrer Rolle genannt. Natürlich. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich kriege die erste Stunde auch alleine rum. Vielleicht ist Mick da. Muss ich ihn mal fragen. Worüber einen Abendvortrag? Hey, sie bedanken sich bei Stephen King. Stephen King wird sich bedanken. Ich meine, so Story ist ja schon nicht ganz schlecht. Ich habe am Viserable erzählt. Eher schon. Das ist das Unternehmen, was später aufgekauft wurde von... von irgendeinem großen Verlag, die dann gehofft haben, dass die Cross-Plattform... To be continued. Cross-Plattform-Marketing machen konnten. Sie haben, glaube ich, ein Spiel zu den Säulen der Erde rausgebracht. Und noch eins. Und dann vollkommen vergessen, dass ihnen DTP gehört. Und dann ist die Firma komplett in den Bach runtergegangen. Oh, ich habe gelesen. Zu Monster Hunter wollen sie ein Brettspiel machen. Conodonten? Interessant. Ein Brettspiel? Ein Brettspiel. Wo man dann halt auch irgendwie seine Ausrüstung zusammensammeln muss, um dann gegen gewisse Monster zu kämpfen. Und dann, keine Ahnung, muss man dann für das nächste Monster wieder eine gewisse andere Ausrüstung haben und bla bla. Ich weiß gar nicht so genau, aber das klingt ganz witzig. Nur, keine Ahnung, das läuft jetzt erst noch, dass sie sich Gedanken machen. Das wäre auch cool, ja. Falls es... Ja, also auf den Bildern, die sie da hatten, waren... Ein Ekelkeks, dann geht sie weg. Ein Ekelkeks, okay. Da waren auch Figuren drauf. Zumindest von Drachen waren da welche. Ansonsten habe ich irgendwie noch nicht so viel gesehen, aber ich bin gespannt. Vielleicht ist es spannend. Falls sie irgendwelche interessanten Unterlagen bei dem Vortrag kriegt, würde ich mir die auch irgendwann gerne angucken. Parallel über zwei Themen mit derselben Person reden, auch irgendwie seltsam. Ah ja, warum nicht? Und die Kekse sind so eklig. Die Kekse sind so widerlich. Aber hey, das sind die letzten beiden. No, nee. Morgen kaufe ich wieder vernünftige Kekse. Vernünftige, schöne Doppelkekse. Nein, ich bleibe schon bei derselben Marke wie die hier, aber die guten. Und drück mir mal die Daumen. Wir hatten heute das Bewerbungs-Kolloquium und ich habe das Gefühl, ich habe mich dargestellt wie der letzte Idiot. Kannst bestimmt einiges mitnehmen. Hoffe ich doch. Ja. Das hoffe ich auch. Das ist ein interessantes Thema, wenn sie irgendwelche neuen Erkenntnisse oder sowas oder auch alte. Das ist eine Gruppe, über die weiß man nicht so viel. Gut, ich verlasse dann mal den Bildschirm hier. Verlass mal den Bildschirm. Ich stelle den Bildschirm auch aus so. Oh. Oh, das ist aber auch süß. Nein, ich hatte am Ende die Frage bekommen, wen ich mir denn als Betreuer vorstellen könnte. Meinst du, mir wäre irgendeiner von den Dozenten eingefallen, die ungefähr in der Richtung forschen, in die ich gehen wollte? Und den einen von denen, die dazu passen würden, hatte ich. Das war sehr peinlich. Ach, das wird schon. Wir haben insgesamt 14 Stunden jetzt für den zweiten Teil gebraucht und 15 für den ersten. Soweit sind die gar nicht auseinander. Ich glaube, der zweite hat sich nur fünfmal so lange angefühlt. Ja, der war stellenweise auch ein bisschen zähm, muss ich sagen. Jetzt hier das Ende, das ging relativ flott. Das waren jetzt fünf Stunden für die letzten drei Kapitel. Mhm. Aber dieser Anfang? Aber ich glaube, der dritte haut von Anfang an ein bisschen mehr rein, hoffe ich. Ich meine, weil eigentlich sind sie ja jetzt voll in der Story drin. Ja. Und vielleicht geht er danach durch die Tür, die ihm nicht auffällt. Wir werden es erfahren. Oder nicht. Wie auch immer. Wahrscheinlich haben sie die Tür bis dahin wieder vergessen gehabt. Na, ich meine, der zweite Teil hätte sich am Anfang vielleicht nicht so mega viel Zeit lassen müssen. Ja. Sollen, brauchen, wie auch immer. Am Anfang war halt auch eigentlich nichts. Dass Boris nicht gefährlich ist, hat man sehr früh gemerkt. Ja. Dieser ganze Part mit Fuller war für nichts gut und der hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja. Ich sag doch, der Anfang, den hätte man kürzen können eigentlich. Ja. Recht schnell abhaken und dann den Jungen in die Action schmeißen. Ja. Weil ich meine, ab dem Moment, wo er in Willow Creek war, Ja. wurde es ja massiv besser. Und ich meine, selbst mit dem ersten Teil im Hinterkopf hat man auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl am Anfang, dass er irgendjemanden unbewusst umgebracht hätte. Ja. Da hätten sie sich ein bisschen mehr Beispiel am ersten Teil teilnehmen können eigentlich. Das ist wahr. Und dann auch diese Sache, dass man viel zu früh das Gefühl hat oder eigentlich auch weiß, dass er wohl ein Gordon sein muss. Mhm. Und das hätten sie nicht mal dadurch verhindern können, dass sie die Anfangsszene diesen Rückblick nicht gezeigt hätten, weil das ist doch allen Leuten aufgefallen, die den Rückblick nicht gesehen haben. Ja. Aber ja. Eigentlich sollte man das Endkapitel von den Spielen immer so spielen, dass man hinterher nochmal in Ruhe darüber diskutieren kann, wo die Stärken und Schwächen dieses Spiels gelegen hat. Naja, wir diskutieren ja eigentlich immer über die Spiele, wenn wir durch sind. Ja. Ich meine, bei denen diskutieren wir auch sehr viel, während wir da drinnen stehen. Ja, wenn einem Dinge auffallen. Aber interessant, dass der Sohn intelligenter ist als der Vater. In Welten. In manchen Sachen ist er irgendwie sehr dumm gewesen, aber in vielen Sachen war er wesentlich intelligenter. Aber gut, das kam, glaube ich, auch daher, dass die Leute, die das programmiert hatten, auch mehr Ahnung davon hatten. Ja. Ja, es ist jetzt schon recht spät. Ja. Aber man kann ja auch ein bisschen, wenn wir den dritten Teil anfangen, ein bisschen vergleichen oder weiter vergleichen. Ich meine, es gibt hier drin auch, glaube ich, generell nicht so viel zu sagen. Die meisten Dinge, die einem negativ aufgefallen sind, haben wir schon währenddessen kommentiert. Ja. Und es sind weniger negative Dinge drin als im ersten Teil, auch wenn im ersten Teil die Story wesentlich besser erzählt worden ist als jetzt in dem hier. Ja. Ja, schon. Aber dafür ist halt hier das Gameplay wesentlich besser gewesen. Es gleicht sich irgendwo aus. Hm. Ich meine, ich finde Darren, Adrian auch sympathischer als Samuel. Auf jeden Fall. Der ist ein bisschen menschlicher. Ja. Bei Samuel ist es ja so, er ist ja auch so verbittert, aber er kommt halt nicht verbittert drüber, er kommt drüber wie ein Arsch. Ja, und das ist... Und nur weil er verbittert ist, ist man nicht gleich ein Arsch. Ich meine, dann gönnt man den Leuten irgendwie auch nicht so viel, aber das ist was anderes, als wenn man jedem gleich den Tod oder... die Arbeitslosigkeit an den Hals setzen möchte. Ich weiß auch nicht. Und Adrian konnte sich ja wenigstens reinfühlen, wie er mit Ralph umgegangen ist. Ja. Das war ein Riesenunterschied zu dem, wie Samuel das gemacht hat. Auf jeden Fall. Und beide wollten eigentlich nur irgendwas von Ralph. Also sie haben die Charakterzeichnung schon besser gemacht. Man merkt, der Junge ist in einem normalen Umfeld aufgewachsen. Wie gesagt, ich fand auch damals den zweiten Teil eigentlich recht gut, als ich den gespielt habe. Ich weiß, dass ich beim dritten damals relativ häufig eine Lösung zur Hand nehmen musste, was kein gutes Zeichen ist eigentlich. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Das wird man dann sehen, wenn man ihn spielt. Ja, das ist wahr. Das ist das Einzige, wo er tatsächlich schuld dran ist. Das ist wahr. Marine, selbst dieser Tom ist nicht gestorben, obwohl er Morast festhinkt. Ja. Aber gut, er ist ja auch erst sehr, 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 sehr spät mit dem Schloss in Kontakt gekommen. Und das Schloss ist ja eigentlich der Auslöser des Fluchs oder der Geisteskrankheit, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. ob man jetzt mehr Samuel oder mehr Adrian ist. Aber ich finde, die Schimmelpilz-Gentheorie schon, die ist interessant, ja. du hast irgendeine, sie haben irgendeine x-chromosomale Veränderung, die dafür sorgt, dass die Schimmelpilze, die irgendwo in dem Moder von diesem Schloss sind. Dann sollte das jetzt ja aufhören, es sei denn, das Schloss ist nicht komplett abgebrannt. Ja, das sehen wir dann. Ich bin gespannt, ob wir das Schloss noch wiedersehen. Also, Wiedersehen vielleicht, aber in welchem Zustand wir es wiedersehen? In welchem Zustand? Wasserflasche hat mich angespritzt. Okay. Dann seht ihr euch morgen? Wir sehen uns morgen, wahrscheinlich erst ne Stunde später, oder definitiv ne Stunde später. Ich kann mich morgen mit Kängurus beschäftigen. Kängurus. Ja, und ansonsten. Ihr kennt ja den Plan, morgen Monster Hunter, Donnerstag Secret of Mana. Stimmt. Da nähern wir uns auch mit ganz großen Schritten dem Ende. Mal sehen, wie lange das dauert. Und am Samstag kein Atem.